ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu micro fabrication 3 wir sind gerade dabei haus zu bauen ich habe das klappt auch alles so wie ich mir das vorstelle ich hasse da so so und so ist der keller also noch gefallen so kurz wieder umgucken das sind die heilte deswegen die das wollte man ab mag euch nicht ich will euch nicht aber das ist natürlich über das immer offen ist wie weit machen wir das denn da rein ich glaube treiben wochen wir auch noch drei stück schön dass alles runter fällt die sind natürlich ist untergefallen dann müssen wir noch mal nachmachen ich glaube weiter als da würde ich auch nicht gehen kann man das dann noch mal ausbauen ja aber im moment reicht das kleinen lagerkeller ich mag euch nicht geht weg bis durch naja ich muss da oben weil das war eben dann haben wir da schon mal wieder acht stück ich mag dich auch nicht die weg ach so und ich wollte noch mal so eine xp getan machen das wollte ich auch noch mal machen okay hoffenweise mülfe geknallt das glaube ich auch noch mal aussortieren 32 hat er genau so viel wie ok dann können wir den vielleicht auch noch einschmeißen gibt es davon auch blöcke ja ok gut sonst ist er jetzt weg das ist das ding was hier noch läuft das ist aber nicht so toll was machen wir denn für buden warte mal haben wir hier unten noch boden drin das ist egal hauptsache wir haben das mal gut an der sie stück so ok da müssen wir auch noch mal was drauf machen zehn stück noch mal fünf so tipp 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 da müssen wir eigentlich noch ein bisschen weiter gehen sonst haben wir wieder nichts mehr toll so wobei also steht doch Anni müsste da auch in die Sitter rein, so sieht das ja kacke aus. Wer will denn so ein Wogenbett da vor? Warte, man kann da überhaupt so viel holen? Bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Müssen wir mal ausprobieren. Da muss ja Dings drauf. Das heißt, die Ecke funktioniert ja gar nicht. Gut, okay, dann kann man, denke ich, leben. Da unten braucht kein Glas rein. Da können wir die Nufas auch noch rausbringen, was wir da Glas bauen. Dedeedeedeede. Sehr viel Eisen. Sehr viel Kupfer. Ja, das ist übel. Übel, übel, sprach der Dübel. Falsche Tasse. Gold. Wir haben Gold. Wir haben Gold. Das ist schön. Ja, der Punkt dazu versehen. So. Ja, du bist auch noch da, dass du... noch mal rein. Bisschen mir ja, dass du da bist. Gehst du nur in zwei Sekunden rein. Dann müssen wir uns auch gleich mal zurückkommen. So. Dann noch mal rein. Noch irgendwo was. So. Dann habe ich, denke ich, genug Stoff erstmal, um wieder ein bisschen was herzustellen. So. Wir können gleich mal gucken, dass wir die hier nochmal in den Map machen. Mö, 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 mö. Mö, mö, mö. Dann muss man auch unser Feld ein bisschen vergrößern. So. 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 Und dann machen wir auch noch ein bisschen Trimmen. mit zwei Kissen. Na ja. Egal. Ich hoffe, dass das klappt. So. Ich hoffe. Diddiddiddiiimm. So klein aber fein. Dann packen wir die Kissen erstmal nach unten. Zumindest einige Kisten davon. Die müssen wir da auch noch hier vielleicht durch. Einen können wir noch machen. Also eine Reihe, eine Dingsreihe. Und jetzt die letzte Reihe, da oben am Anfang. So. Dann brauchen wir aber 1, 2, 3. Oh. Da brauchen wir sehr viel Gold. Na gut, wir stehen ja jetzt gerade her. Das ist ja... Okay. Wirklich die billigere Variante von ME, könnte man sagen. Relativ simpel gehalten. Du hast da, denke ich, genug noch zu tun. Da können wir da die kleinen Schmitze auch, denke ich, mit das Haus reinholen. Obwohl, eigentlich haben wir ja die große Schmitze eigentlich. Ist das Wumper. Ein Kürbis. Das können wir da auch unten hin machen. Das könnten wir eigentlich ganz sogar automatisieren, oder? So, dass man denn nun noch die... Die hier da reinschmeißen wir mal. Bruststein rein. Und dann läuft das eigentlich automatisch durch. Das müsste man eigentlich machen, ne? So. Die, 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 die. Dann wird automatisch Erde hergestellt. Dann wird automatisch... ähm... das hergestellt. Obwohl, ich bin mir auch nicht so sicher, ob wir das unbedingt brauchen. Drei Nuggets. Warte mal, kriegen wir aus Gold? Irgendwie da jetzt nämlich auch... ähm... Warte mal, was... Was ist das hier? Ich glaub nicht, oder? Zwei Gold-Creme, da drei Stück aus, alles klar. Gut. Das heißt, das... Ja, gut, das müssen wir so lassen. Und hier kommt ja auch vier. Na, die beiden. Was ist auch so viel, hat man gesagt? In der Welt. Und es wird schon dunkel. Was ist jetzt 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 ein Problem? Ach, du hast... Nix mit da. Ich stelle aber relativ viel her, das wundert mich tatsächlich. Boah. So, Sacken. Ach, Mann. Ich geh mir so auf Eier. Du bist sicher. Hau ab. Will dich nicht. Ich mag dich nicht. Bisschen, Junge. Ich will dich nicht haben. Müssen wir unbedingt alles zumachen. Das wäre ungünstig, wenn er gerade jetzt kommen würde. Danke. Ich wollte die nach oben haben. Danke. So. Hier kann man noch... Die Ecken. Bitte jetzt nicht kommen. Bitte jetzt nicht kommen. Danke. Jetzt machen wir hier mit der Wand hin. Oh. Wir müssen anscheinend weiter rüber. Wir müssen anscheinend... Na, da komme ich leider nicht mehr an. Hier. Na gut. Dann machen wir das eben halt bis da. Ist auch egal. Aufwurscht. Ja, ja. Ich weiß. Hast du schon gesehen? Ich hab dich gesehen. Das ist wirklich wundervoll. Stell dir ein. Ja. Du hast mir auch ganz toll lieb. Ich hab dich auch ganz toll lieb. Ach, da hab ich keines mit dran. Alles klar. Bisschen. 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 Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Es sind zwei da rein, neun Stück sind auch nicht so viel, aber wir können damit schon mal weiter. Dann haben wir ein sehr großes Lager. Ein sehr sehr großes Lager. Die sind in den nächsten zwölf. Irgendwo gemacht. Frickdance. Verpiss dich, Junge. Alter. Ha ha. Die sind echt näherfig, die Teile. Das da hinten ist auch voll näherfig. Zwei Stück müssen wir dann reingekommen, wir daraus drei machen. Ich bin ja mal gespannt, ob das klappt. Aus Blaustein. Blaue Farbe. Na klar. Natürlich. Alter. Was ist das denn? Oh ne, das ist ein Buch mal wieder. Ja. Wir brauchen mir gar nicht weiter anzugucken, ey. Wie sieht das da bei dem aus? Ich weiß, du kommst sowieso gleich wieder angetikert. Das ist laut, Mann. Warte mal, da können wir eigentlich mal hier kurz ein bisschen... ...schneiden wir hier mal machen. Wenn wir schon mal hier unter sind. Dann können wir das ja auch ein bisschen ausnutzen, ne? So, ihr Lieben. Das war's dann wieder mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü